Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias von matzgitarrenkurse und akustikgitarrelernen.de Heute mit einer Version von Twist & Shout für die Mandoline. Dazu hole ich die Kamera ran, bis gleich. So, wir fangen also an und schlagen im zweiten Bund auf der G-Seite hier, also auf der vierten Seite, die Note A an. Mit dem Zeigefinger greife ich das. Dann, nächste Note wäre dann das H oder B im vierten Bund auf der G-Seite, auf der vierten Seite. Und dann das Cis im sechsten Bund auf der G-Seite, beziehungsweise vierten Seite. Ja, nochmal. Mach es ein paar Mal zusammen. Ein, drei, vier. Vier. Und dann schlagen wir die leere D-Seite an, danach. Also das wären die vier Töne. Wir fangen mit einem Auftakt an, also auf drei und eigentlich. Also eins, zwei, drei und vier und eins. 2, 3, und 4, und 1, 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 2, 3, und Anschließend greifen wir den D-Dur-Akkord, der sieht auf der Mandoline ja so aus, also zweiter Bund G-Saite und zweiter Bund die E-Saite. Hier haben wir das A, hier haben wir das Fis, dazwischen haben wir noch das D und das A. Das wäre also das D. D-Dur-Akkord, von vorne bis dahin, zwei, drei. Einfach ein Abschlag, nochmal, drei und zwei, drei, 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 ja, dürfte klar sein. Dann greifen wir den G-Dur-Akkord, machen einen Ab- und einen Aufschlag. Der G-Dur-Akkord sieht so aus, dass wir im zweiten Bund auf der zweiten Seite, das ist die A-Saite, die Note H greifen oder B greifen und oben auf der obersten Seite, das ist die E-Saite, im dritten Bund, das ist die Note G. Und da machen wir einen A- und einen Aufschlag. Von vorne bis dahin, zwei, drei. 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 Und dann kommt der A-Dur-Akkord. A-Dur sieht so aus, dass wir mit dem Zeigefinger ein Barré über alle Saiten greifen, im zweiten Bund und dann noch im vierten Bund auf der A-Seite mit dem Ringfinger greifen, also zweite Seite und fünfter Bund auf der ersten Seite. Dann mit dem kleinen Finger greifen wir den Akkord, nochmal Barré, dazu den Ringfinger, vierter Bund, zweite Seite und kleiner Finger, fünfter Bund, erste Seite, das ist A-Dur. So, nochmal von vorne bis dahin, drei und und zwar ist es so, dass wir nach diesem Ab- und Aufschlag für den G machen wir einen Leerschlag und machen dann einen Aufschlag bei dem A-Dur-Akkord. Bis dahin, zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Wenn wir das gemacht haben, machen wir wieder einen Leerschlag und machen dann mit dem A-Dur-Akkord auf, ab, auf, ab, also bis dahin, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das eben im Kreis zu spielen. Wir machen es mal aber langsamer. 2, 3. 3, 2, 3. Von vorne. Ich habe noch was vergessen zu sagen. Und zwar, wenn wir den A-Dur zum Schluss gespielt haben und wir wieder in diese Einzeltöne reingehen, müssen wir den Zeigefinger einfach nur anheben, sodass der Zeigefinger aber trotzdem noch auf der vierten, auf der G-Seite liegen bleibt. Also hier Akkord und jetzt hebe ich den Finger einfach nur an, um dann eben entsprechend weiterspielen zu können. Also nochmal. 2, 3. 2, 3. 2, 4. 3, 4. 4, 6. 4, 6. 8, 7. 8, 9, 10. 10, 10. Musik Im Original ist es natürlich noch ein Tick schneller, da haben wir ja dann Um da hinzukommen, ist das Metronom einfach das Beste, einfach langsam anfangen, machen wir es noch ein paar Mal zusammen, zwei, drei Musik 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 Ja, ich hoffe, dass Twist & Shout auf der Manoline klar geworden ist. Das passt im Übrigen zu der Gitarrenversion, die ich auch schon als Tutorial gemacht habe. Von daher kann man das auch wunderbar dann zu zweit spielen, also mit Gitarre und Mandoline. Und ja, wenn das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonnier meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch sehr viel tun, auch für die Mandoline eben. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der Mandoline. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss! Theпannend society wie Antonio so Vielen Dank.